Bei einem Brand in einem Dreifamilienhaus in Schwiburg in der Gemeinde Jade wurde eine Leiche gefunden. Das Feuer brach in der Nacht zu Donnerstag aus. Eine Nachbarin hatte den Brand bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Bei ihrer Ankunft stand bereits ein Teil des Obergeschosses in lodernden Flammen. Während der Löscharbeiten fand die Feuerwehr einen menschlichen Leichnam in der brennenden Wohnung im Obergeschoss, meldete die Polizei. Eine 83-jährige Frau, die alleine in einem Teil des Erdgeschosses lebte, konnte unverletzt aus dem brennenden Haus gerettet werden. Sie konnte bei Angehörigen unterkommen. Der brandbetroffene Teil des Obergeschosses, in dem der Leichnam gefunden wurde, war die Wohnung eines 58-jährigen Mannes, der dort alleine lebte. Ob es sich bei dem gefundenen Leichnam um den 58-jährigen Bewohner handelt, ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Ebenso wird die Todes- und Brandursache noch untersucht. Dank des Einsatzes von etwa 90 Feuerwehrleuten konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Teile des Gebäudes verhindert werden. Die dritte Wohnung des Hauses, die derzeit leer steht, blieb vom Brand unberührt. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern.